So Freunde, wir machen weiter mit der nächsten Folge von Evolence 2. Dieses Optikfach vom letzten Mal lassen wir erstmal aus. Da habe ich echt keinen Bock drauf, jetzt auf die Scheiße. Wir reden mit dem Nächsten. Seid ihr da neuer Studierend? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebundelt, mit dem ich einfach nicht zur Rande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Das ist nett von euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in der Artikel-Hierulischen Ruin gefunden. Er hat kein Schloss, nur diese bizarren Tasten mit Symbolen. Ihr wollt mir großen Gefallen tun, wenn ihr es dir öffnen könntet. M03 Mystisches Relikt. Diese Drohe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der Genäu-Knopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den ich zumindest noch zu entriegeln? Achso, ups. Ja, 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 Quatsch nicht rum. Du Spacke. So muss man jedes Mal den Scheiß neu quatschen. Verpiss dich. So. Was ist das für dummes Rätselschule? Was soll das? Also hier ist falsch, ist doch richtig so. Ich denke mal die... Ich weiß nicht, ob die Zahlen, die Haltbarkeit der Wege dieses Dingens markieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier die 1 drückt, dann geht man 1, dann 3, dann geht es hier runter, dann so, dann so, dann hat das jeweils nur noch eins, dann hat das noch eins, dann geht es ja wieder zurück hier hin. Nein, das kann auch nicht schön. So, 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 so. Ach, keine Ahnung, ja. Ich drücke einfach erstmal alle, die mit der Kerle, das ist total dumm. Die ganze Rätsel sind total, Panne, äh. Waren wir muss 68 Rätsel auf einmal lösen, ist ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Manchmal labert man stundenlang. Das ist die Ausgleichheit, das richtig beschissen, muss ich sagen. Ich verstehe nicht, was das soll. Dieses Rätsel ist sinnlos. Mag sein wir uns mal anders vielleicht erkennt, aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich komme da auch nicht klar, was das für ein Scheiß-Systemleiter sein soll. Das kann ich höchstens alle durchprobieren, also das ist total sinnlos. Das ist total dumm, weißt du, wenn man wenigstens was anordnen könnte, aber nein. Man muss ein Knopf drücken. Ja, ich kann höchstens so durchprobieren. Es geht, also ich kann mit den dreien, vielleicht jetzt mal anfangen, weil die zweiten sind anscheinend am häufigsten hier. Bringt es leider überhaupt nicht. Schade, also eine Riese ist wirklich beschissen, ohne wie Insiderwissen aus anderen Spielen wahrscheinlich, weil ich kann nichts damit anfangen. Überhaupt nicht. Du kriegst keine Hinweise, du kriegst nichts, kriegst auch scheiße. Nein! Oh, Leute, meine arme Leertaste. Nächste drei. Schade, also eine Geräte, das Optik ist gut, dann ist wahrscheinlich menschlich vielversagen, aber hier, keine Ahnung, du kriegst keine Informationen, du kriegst nichts. Vor allem eine richtige Reihenfolge, ich kann nur ein einziges andenken anwählen, es geht nicht anders. Habe ich die drei schon, ne, ne, die hatte ich noch nicht. Also, falls mir das irgendjemand erklären kann, falls es wieder aus irgendeinem Professor Layton geklaut ist, dieses Rätsel, dann bitte her damit. Kannst du dir das Moja noch mal ganz kurz angucken. 1, 1, 1, 1, 1, okay. Rechts, rechts, runter, hoch. Darf ich die halt schon angefangen haben? Ne, schon die Einzeichen habe ich noch nicht gedrückt gehabt. Viel Fisch! Meine Fresse, auf rumzulabern, Alter! So. Das ist... ich glaube die zahl haben schon was zu sagen die letzte ecke auch noch aber glaube ich einfach 567 vielleicht getestet jetzt haben wir alle drei so wie ich dann alle 1 haben wir schon gedrückt so die zwei und die ecke die hier unten die zwei schon gedrückt vielleicht erklärt er mir sein wenn ich wenn ich was umdreht über die erste komische talent typ mit dem archiver wie sagt solche leute ich kenne wirklich nur umgehen also was bringt sonst hier nichts wenn wir mit keiner die keine saugen rätsel erklärt lösen und zwar hier ohne 22 dran probieren lustigerweise dass wir das wird das einfach hinkriegen das ist einfach nicht wieder einer weniger also muss es irgendwo der mitte sein ich glaube daran haben wir es schon komplett oder hat aber komplett das alles von den dreien in der mitte ist es hier hier oder hier kommen wir hier an auch nicht schade ich kann nicht so ein pechvogel sein dass ich alle 15 drücke außer ernsthaft wirklich allerletzte gewesen das ist schwierig jetzt bekommt ja auch rechnung er total super erklärt Kannst du mir bitte erklären, was für ein Scheiß jetzt so? Naja, also kann ich... Ohne Scheiß, ich kann es nicht nachvollziehen Was ich mir da für ein Scheiß aufgetischt habe Also wie gesagt, wer es kennt, immer her damit Mit der Lösung, wie man es hätte richtig machen Oder nach welcher Logik das Ding ging Aber ich habe da keine Logik erkannt Keiner, was das für ein Mist sollte Naja, ich hoffe, die Rätsel danach wird sie nicht noch beschissener Seid gegrüßt, junger Mann, an die milizgebundenen Forscher zu euren Diensten Apropos, wie weißt du ihn mir erweist Perfekt Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems mit der Miliz betraut Ich habe mich genauestens an seine Augen gehalten, aber ich bin überzeugt, dass es irgendwo ein Fehler steckt Halt, ich werde es euch zeigen Ende 5 Patrouillen Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen Die Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am sechsten zum auf ihrem Weg anhalten Außerdem kann sie nie zwei Mal den gleichen Weg nehmen, wenn diese Bedingung immer zutreffen wird Einer der Terminemals, ach komm, fick dich, äh, rücklisch So habe ich den letzten Teil nicht mitbekommen Das ganze ist nochmal auf, äh, auflösen Naja, komm hier weg Ich habe aufgehört Und, aha, Gott, dieser Typ bringt mich auf Ich glaube, das ist nicht allzu schwierig Nachdem sie Wachstube X, also den, der da unten, die, die Burg, ne, verletzt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen Die Patrouille kann einen beliebigen Turm, äh, einen beliebigen Weg folgen, muss aber am sechsten Turm auf ihrem Weg anhalten Außerdem kann sie nie zwei Mal den gleichen Weg folgen, wenn diese Bedingungen immer zutreffen wird Einer der Terminemals an der Garnison haben Welcher? Ich würde sagen, C, ne, auch nicht D, G, auch nicht Also keiner Jeder hat immer eine Ne, am sechsten Am sechsten Wachtturm bestehen bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, jeder kommt Bei, bei mir kommt hier jeder rein Also ich würde jetzt spontan auf C oder D tippen, weil die am weitesten weg sind Wohl eher auf D Ne, wobei D hat den Doppel, hat den Doppel Komm, komm, ihr wird Doppelt vorbei Ne, das kommt auch nicht Geh auch nicht Also jeder ist so nah dran, dass, äh Jeder eine haben wird A, B, C, D, E, F, G Okay, ich würde das mal gucken, ob wir alle Knöpchen belegt sind Am sechsten Wachtturm anhalten Egal von welchem Dings ich aus Ich gehe, ich komme immer an allen sechs an Da, wo ich, da, wo ich hin möchte Also kein einziges kann ich nicht erreichen Vielleicht wird auf C oder D tippen Wobei eher auf D wahrscheinlich Auch nicht okay Oh, die quatschen alle so viel, äh Muss jede Patrouille einen der sieben Wachtturm erreichen, ja Die Patrouille kann einen beliebigen Weg Muss aber am sechsten rum auf ihrem Weg anhalten Außerdem kann sie nie zwei mal den gleichen Weg nehmen Achso Naja, ist nicht möglich Wenn diese Bedingungen aber zu treffen will Anleitung niemals eine Garnison haben Welche Die habe ich vorhin geklickt gehabt Jetzt ist die Frage Ähm Wenn ich einen Weg folge, läuft ihr ihn bis zum Ende lang Oder bis zum Wachtturm? Weil wenn ich jetzt nach links gehe Direkt am Anfang Richtung A Da läuft er automatisch nach oben Wobei das ist eigentlich auch egal Pfff Sagen wir mal Ehe Äuferetzung Gefühl Für Ehe Keine Ahnung Ach ja, natürlich Jetzt stehe ich in eurer Schuld Falls ihr also irgendwann mal ein Problem habt Kommt einfach zu mir Also gut, ich mache mich auf Um meinen Bericht für den Rat zu werfen Diesen Leistungsmuff für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient Okay Wollen wir uns nochmal zurückdenken Ja, also wie gerade gesagt Wenn die wirklich bis zum Ende des Weges folgen Dann ist erisch Ne, das ist ja auch nicht richtig Das ist total Käse Aus jedem Blickwinkel Wurst du jeden Wachtturm irgendwann mal erreichen Aber wenn sie am 6. stehen bleiben müssen Ja doch auch Wenn sie auch erreichen Nur bei 6 Wo nachdenken Gut, wenn ich natürlich den gleichen Weg nicht nehmen kann Da kann ich dir jetzt stehen Wachtturm A nicht Doch kann ich auch Das ist doch scheiße Ja, das ist einfach irgendwas Also eins davon halt war es gewesen Nein, ihr wisst schon Gut, nächster Ist jetzt auch egal Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern Zu viel zu tun Hm, es sei denn, ihr wollt mir helfen Also alle 500 Jahre treffen sich am Himmel Zwei Kometen Bücher zu dem Thema deuten darauf hin Dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreten wird Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen Nur leider kann ich nicht herausfinden Wo genau am Himmel sie sich bei sein werden Hier, werft einen Blick auf diese Karte Unter gutem Stern Wenn die beiden Kometen eintreffen Überqueren sie die Karte immer diagonal Also diagonal ist halt schräg Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen Keinen der Sterne In welchem Quadrat treffen sie aufeinander Also hier kommt diagonal Hier, hier, hier Hier Also könnte man hier vielleicht Ich tippe einmal auf das Quadrat Oh, schade Nicht richtig Oh, sie muss quatschen müssen, ey Also sie schneiden Keine Sternen Das heißt, es muss Von hier Nee, auch nicht Hier vielleicht So viele möglichkeiten gibt es gar nicht Wenn die beiden Kometen eintreffen Überqueren sie die Karte immer diagonal Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen Keine der Sterne Okay, also relativ einfach So mal gucken Hier hat man jetzt schon erledigt gehabt Hier, das ist Okay Hier ist nicht möglich Hier wäre möglich Das hatte ich glaube ich das erste Mal gehabt Hier oben hätte man vielleicht noch die Möglichkeit Auch nicht So hier hat man also Hier geht es nicht Hier geht es auch nicht Hier hatten wir schon Ging nicht Also war nicht richtig Okay Schon mal hier Sie dürfen keine Sterne kreuzen Auch nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Der würde den Stern kreuzen Hier würde auch ein Stern kreuzen Auch Schon mal von hier Naja geht es nicht Da würde man einen Stern kreuzen Hier würde man auch einen Stern kreuzen Okay Und hier würde man auch einen Stern kreuzen Überall kreuzt man einen Stern Also außer halt an den Dingern Wo ich jetzt schon gedrückt hatte Kreuzen auf den Stern Komisch Ich hätte mich einfach gleich nochmal aufzeichnen Aber wir machen ganz erstmal eine Pause Und sehen wir uns an der nächsten Folge Von Evo Land 2 Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe die Rätsel sind dann endlich vorbei Wir können ja richtig kämpfen Oder so Weil irgendwie ist mir das echt zu viel gelabert Und zu viel scheißrätseln Ja Man fühlt lieber eigentlich eher nicht mehr kämpfen Aber naja gut Kann man sich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Von Evo Land 2 Ciao 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 Vielen Dank.